Ach so, weil ich den Chat im Stream habe. Ja gut, ich habe immer noch nicht im Kopf verarbeitet, dass ich den Chat jetzt im Stream habe. Ich wollte eigentlich fortfahren. Lade ich gerade ein anderes Spiel? Ich bin verwirrt. Worum geht es eigentlich? Da geht aber die Stream-Quali flöten. Wo geht die Stream-Quali flöten? Gibt es jetzt Affenbraten? Das war der Plan. Ach so, das Verpasst-Level. Ja, wo ja mein Rechner wieder gecrasht ist. For no reason. Habe ich da das Kong? Das Kong habe ich. Okay. Ich meine, wenn die Quali in den Arsch geht, einfach sagen. Ich kann es halt immer noch hoch. Nach oben hin ist offen. Glaub ich. Wie viel habe ich denn? Oh, ja, das ist nicht die Bitrate, die ich wollte. Danke. Oh mein Gott. Das ist so cool. Ich kann die Bitrate ändern, aber ich kann nicht in die Bitrate reinklicken. Doch kann ich. Oh mein Gott, ist das stupid. Wirklich? Dieses Programm ist so nutzlos. Es hat ein paar echt nette Quirks, aber wenn du Sachen einstellen willst, ist das einfach nur der größte Shit. Ja, das Problem mit, warum ich 4M-Bit pump, ist, weil es Quicksync ist. Weil meine fucking CPU ja zu schwach ist für H.264. Äh, nee. Der einzige Unterschied zwischen Low Latency und Normaler Latency sind... Ich kann heute nicht reden. Und Normal Latency ist, dass du... Achso. Ähm. Was wollte ich sagen? Ach ja, äh. Wenn jemand ein beschissenes Internet hat oder kein Transcode, äh. Buffert Low Latency wie kacka. Das waren wir damals schon so. Es gab schon mal diesen Low Latency. Oh mein Gott, das ist... Wirklich, das ist ein Raketen-Level. Das ist ja ein sehr schöner... Einstieg. Ja. Ja. Ah ja. Ja. Ist okay. Cool. I love this shit nicht. Warum muss es unbedingt ein Raketen-Level sein? Warum? Ich hasse diesen Shit nicht. Wo ist das Car? Oh mein Gott. Was ist das denn? Aber die Musik ist gut. Oh mein Gott. Die Perspektive ist ja mal Ultra-Kacke. Ich mochte die... Das Lustige ist, ich mochte diese Level in, äh... Dings. Äh... In Returns. Aber ich weiß nicht warum. In Tropical Freeze sind die zum Kotzen. Allesamt. Oh nein. Puzzleteile, die kein Mensch braucht. Goddammit, Dude. Das wird lustiges Level. Ich hab jetzt schon... Kann man nicht was anderes spielen? Sowas Einfaches, wo ich einfach sucken kann und sagen kann, ich... Ich kenn das Spiel nicht so. Weiß ich nicht. Fortnite oder irgendwas. Ich kommst du darauf, dass ich die Aprikose nicht mochte. Mein Favorite. Oh mein Gott. Da muss ich ja raten, wo die kommen. Ja, cool. Wirklich? Wirklich? Ich bin an der Plattform vom fucking... Ah! Cool. 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 Macht super Spaß. Und tut auch überhaupt nicht in den Augen weh, das Level. Kein bisschen. Also mir tut das... Also die Passage hier ist nix für mich. Überhaupt gar nix. Ich kann nicht mal auf den Chat gucken, weil ich mich so fucking konzentrieren muss. Das ist auch nicht shit hier. Ja klar, Dicker. Ist es okay. What? Och nö. Echt? Geh da nach Hause, man. Niemand liebt dich. Ich liebe das, wenn man hellsehnerische fucking Fähigkeiten haben muss. Komplimentäre Farben ist eigentlich hübsch anzuschauen. Es geht sich nicht um die Farben, es geht nur sich um die Perspektive. Jungs, du kannst du dir das ungefähr so vorstellen. Guck dir einfach den Stream nur mit einem Auge an, dann weißt du so ungefähr wie das für mich aussieht. Und es ist nicht angenehm. Ich hab gern Leben oder so. Nehmen wir noch mal einen Checkpunkt. Und soviel zum Leben, das war da oben. Hallo. Ja, bitte noch mehr Shit, wo ich absolut nicht erkennen kann, was Sache ist Spiel. Danke, danke. Voll Spaß. Fick dich doch einfach. Komm, stürz einfach ab, Mann. Da muss ich aber lange nur ein Auge zu halten, um meine 3D Kraft zu verlieren. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du einfach auf einem Bildschirm gewisse Spassagen in den Spielen werden einfach extrem unangenehm. So was hier zum Beispiel. Oder auch die Escape-Kacken-Chanty ist... Äh, war nicht schön. Das ist ja nicht so, als ob ich nicht 3D sehen könnte. Das ist einfach nur... Es ist extremst anstrengend und ich krieg Kopfschmerzen davon. Orientier dich an Bananas. Ja, klar. Wenn du mir jetzt noch was aufzähl, wo welche sind. Also da, wo gefühlt die ganzen Früchte von der Seite kommen, siehst du gar nichts. Also wirklich Null und lass mich mal irgendwas machen. Äh, ich würde mich einfach... Was? Schön Chrome, beend dich einfach. Ich würde dich auch leben. Äh... Kleinen Moment. Fun Level. Nope. Definitly not fun. Natürlich wacht ja nur darauf, bis das Spiel sich denkt, auch weil es...